... Bei den Eiderstraßen Die Eiderstraßen Die Eiderstraßen Die Kieler haben sich da Eine Auschwanne haben wir Die Eiderstraßen Die Eiderstraße Die Eiderstraßen Die Eiderstraßen Sieht uns Sieht uns Ich habe immer was gemacht in Kindergarten. Ich sage, aha, das war es so. Ich habe immer was gemacht in Kindergarten. Ich sage, aha, das war es so. Ich sage, Sabine. Ich sage, dass ich bei mir von Biberfleisch bei der Röden bin. Und ich sage, dass wir unterschreiben. Ich sage, dass sie das nicht. Ich sage, dass wir auch die Sachen. Ich sage, ich rede mir. Und ich habe gesagt, Sabine, ich habe keine Zeit zusammengefasst. Und heute, ich habe geschehen, dann sie mir dann mal erfunden. Dann habe ich noch einmal gesagt, dass ich mir nicht verstehe. Ich verstehe jetzt. 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 Und hier waren alles in der Verrachtung der Nächste. Ich verstehe jetzt nicht. Ja. Und meine Auge, die Jungen, die Kunker, die Kunker, die Kunker, die Kunker, die Kunker, die Kunker, die Kunker nicht geschrieben habe. Ich weiß nicht und ich weiß nicht, sie meinen Das ist eine große Herausforderung, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020